Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte das Video mit eng teilen, weil es ein richtig cooler Urlaub für mich war hier in Mexiko in Regnum Christi und ich möchte auch einfach sagen, was man so mit Regnum Christi erleben kann und wie viel Spaß man haben kann. Und der Grund, warum ich das Video jetzt uploaden ist einfach, weil ich die Erinnerung erstens mit eng teilen will und zweitens, weil ein Freund von mir, der Domi, morgen Geburtstag hat und der sich das gewünscht hat, dass ich endlich das Video fertig stelle zum Geburtstag und deswegen viel Spaß mit dem Video. Ich sehe absolut nicht, was man auf der Kamera gerade sieht, aber ja, vielleicht könnte es gut ausschauen. Plan ist, heute nach Mexiko zum fliegen. Das Einzige was ist, der Augen nie sind so schwindelige Typen, dass wir einen 31,5 Stunden Flug genommen haben. Und was tut man eine Stunde bevor der Zug nach Wien zum Flughafen geht? Perfekt Koffer kaufen, oder? Tja, so schaut das aus. Da haben wir unseren netten Reisekoffer. Wie sieht unser Flugplan aus? Also ganz ehrlich, die Leute steigen noch nicht ein und ich will jetzt schon langsam wirklich einsteigen, weil... Wo fliegen wir jetzt hin, wo wir dann... Ach so, also wir fliegen jetzt, ich habe es noch nicht, also ich glaube ich fliege... Ah, mit da habe ich es, genau. Dann Embraer 195 E2 fliegen wir jetzt... Wir fliegen jetzt nach Amsterdam und dann... Ja, ja, da fliegen wir noch mit dem fliegen nach Amsterdam und dann fliegen wir mit einem 737 oder 767, weiß gar nicht, neuer Dreamliner auf jeden Fall, nach Mexiko City und dann nach Mexiko City... Ah, da haben wir dann eine neue Stunde Aufenthalt, genau. Und... Ah ja, in Amsterdam haben wir schon sechs Stunden, also das heißt, wir fliegen 31,5 Stunden. Von Mexiko City fliegen dann noch weiter nach Cancun, 2,5 Stunden und ja. Ob das gescheit ist, man weiß es nicht. Wir sind jetzt vom Flughafen aus, wir haben da jetzt eigentlich eineinhalb Stunden, zwei Stunden Zeit. Und ja, dann müssen wir halt wieder zurück sein, weil sonst fassen wir einen Flieger. Und genau, wir schauen uns jetzt Amsterdam an und hoffen, dass wir den Flieger nicht so verpassen, wie der Bataillon hat, genau. Wow! Ja? Oh, schau dir die Kirche... ...iine... Was schauts da aus in Amsterdam? Hier habe die Sionm� verschwunden, hm? Das soll ich jetzt so sagen, oder? Ernst auf Ernst. Das ist ein unfaires Spiel. Schau nebenher. Ernst auf Ernst. Ja, so schnell geht's. Mehr Statement zu Amsterdam. Was wir da gerade haben? Komm her. Amsterdam. Vorher hat gerade irgendwer, keine Ahnung wo, aber einfach so ein Kübel Walser aussieht. Auf die Leute. Voll chillig, Alter. Lass mal einen guten Shot bekommen. Schau, da haben wir das gute Essen. Das richtig gute Essen. Und was sagen wir? Wow. Ich meine, es ist zwar Boeing, aber trotzdem wow. Aha. Fenster sind gut geputzt. Haben es gut gemacht. Das ist unser Flieger nach Mexiko. Wow. Wow. Und da sind wir halt wieder... 787, noch ein Dreamliner. Dass ihr es gleich wisst. Ja. Ich denke, mit einem 2% plus 7 fliegen. Oder vielleicht mit einem A380. Aber dann haben wir gedacht, ich entscheide mich auch für das billigere Modell heute. Aber es wird schon. Weil du das auch wirklich in der Hand gehabt hast. Sowieso. Frage. Was sagen wir? Ich hoffe, dass ich mich mit der Jogginghose rein lasse. Aber wenn wir meinen Flieger erwischen, dann würde ich ehrlich zu. Vorteilhaft, weiß ich nicht. Sicher erwischen wir meinen Flieger. Was gibt's? Ja, aber mein aktuelles Frage ist... Ah, das kreuz. Und äh... Was soll ich machen? Ja, einfach kurz vorstehen. Okay. Grüß euch, Kleinen. Jetzt sehen wir sie schon wieder. Vorher haben wir sie glaube ich am Flughafen gesehen. Und ja, das ist der Josef. Eeeeeeeeeeeeee. Mit Josef fahren wir jetzt sehr komod und gut frühstücken. Sehr gut frühstücken auf seinem Rad. Und genau, kann ich nur empfehlen. Das hört irgendwie an wie so ein Interview. Ja, ist ja eh ein Interview. Okay. Und jetzt sind wir gerade noch in der Kapelle von der Frau von Gull. In der Kapelle, oder? So schaut der Kapelle aus, Leute. In der gar großen Kapelle. Genau. Und jetzt sind wir noch rauf gegangen am Erscheinungsberg. Und jetzt sind wir da. Und jetzt hoffen wir, dass er fliegt. Ha ha ha. Auge stößt ihn mir in. Ha ha ha. Aber... Ja? Perfekt. Nice to meet you. Nice to meet you. Perfekt mexikanischer Verkehr. Oh, it's very loud. Yeah. It sounds like the Intraktor. Ha ha ha. And this is the color of the taxi here. Oh, really? White and paint. Ha ha ha. Ha ha ha. But on the airport the taxi is very yellow. Yes. They are also. Okay. Old owner. He hasn't done anything in Österreich. Ha ha ha. We are just making fun of the security of the... Ha ha ha. It is very secure, right? It doesn't fall for any kind of prison. Ha ha ha. Oh, my. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. The bus is just all the things open. Ha ha ha. The deer. That's a moment. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Okay. So. Fazit to the flight. That's all. 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 We are on a good way. And I'm very motivated. And... I heard from other requests from last flight. That's all. But, honestly. That's all. Und Wasser haben wir natürlich auch noch genommen. Jetzt freue ich mich schon recht auf Cancun. Und jetzt kann ich mich noch in Viertnig anschauen. Das geht sich gut aus. Vielleicht fahre ich mir noch ein Seil. Vielleicht trinke ich mir im Schaum noch eine. Geht aus. Was haben wir da jetzt? Also vorher habe ich anders gehabt. Das war sehr gut. Und das ist spannend, weil es hat nämlich 355ml. Nicht so wie bei uns die Seilen, die was 330 haben. Und das ist jetzt ein Pacifico Suave. Das hat einen Alkohol von 3,4%. Das heißt natürlich schwächer. Ja, gewechselt keiner halt. Aber ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Und ja, genau. Und dann ja. Die Motivation beschließt da raus, gell. Bei vier, sechs Tage. Eingestellt. Wichtig. Das ist wie der Hammerklinger scharmetiert. Ja, das hat das mal wirklich im Fingersitz, gell. Perfekte Probe bisher. Ja. Ja. Alter, ist es. Also 30 Stunden vor, glaube ich. Ja, Alter. Ganz ehrlich, ich würde es wieder machen. Tatsächlich, mit so viel Aufenthalte kannst du in eurer Stunde was anschauen auch. Also, ja. Also, ich meinst. Ja. Eigentlich muss ich da schon auch gerne den Schaum sagen an dieser Stelle. Weil ohne Erme hätte ich das nicht gemacht. Als so ein wenig riskant. Aber die ganze Geschichte. Aber in dem Fall, danke an dem Schaum. Und genau. Weil er hat aber auch der Motivierende und der Akkommand, nein, das mag man. Und somit haben wir viel gesehen. Und ja, natürlich. Ich mein, da haben wir jetzt so der Pia und drei verschiedene Ansichten von uns am Flug. Ich mein, was wissen wir ja auch. Ich meine, das ist jetzt aber okay. Und das ist einfach der Hüppi. Und in diesem Sinne. Zum Wohle. Jaaaa! Hahaha! Jaaa! Hahaha! Jaaaa! Das ist so geil! Im Fliegen! Haha! Jaaa! 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 Voll geil! Hab gewinnt! Im Fliegen rausgekommen! Jaaa! Ich glaub doch, wenn wir den Karkunen werden, dass er auch noch früh runtergekommen ist. Hahaha! Richtig reitig! Voll geil! Jaaa! Das sind unsere Stühle. Ein bläden Kommentar jetzt gleich zur Landung, Michi. Boah, fein war es. Fein war es. Stark war es. Wir sind nicht auf die Nacht, das ist am Handy. Die Wartenberger sind jetzt in Cancun angekommen, in meinem Vlog das erste Mal zu sehen. Da, 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 ein bisschen. Das ist sehr schön. Wer wird das erste Mal zu machen? Das erste Mal zu machen. Aha. Das ist Maschal ancestral, das ist sehr gut. Ich bin da jetzt ehrlich das ganze dringend. Aber ich mache jetzt nur zwei. Der Richtig ist so ganz in der Erde. Sehr gut ist Maschal. Das ist mein Element. Sehr, sehr gut. Das stinkt ein wenig mehr. Ist das jetzt besser? Du weißt nicht. Ja, du, das weißt ich absolut nicht. Aber was haben wir da gehabt an so einem netten Lautsprech? Also, kommt das Raunste raus so von der Decke, das ist ganz müde. Aber jetzt war es leiser. Weil es ist, wir sind in so einem Supermarkt, da kommt ein Typ der Profikamera hier nicht dagegen. Da kommt ja gleich hier der... Alter. Hallo. Servus. Ich habe jetzt eine neue Profilfoto im Supermarkt. Letzte Mal am Strand, die nächste ist am Supermarkt. Ja. Hugo. 100% natural. Sin Pulpa. Und dann... Ohhhh. Das ist ohne Gatsch. Kornpulpa. Das ist mit Gatsch. Kornpulpa. Kornpulpa ist mit Gatsch. Das war's. Das war's. Das ist eine besondere Aktivität. Ja, warte lass ich den auf. Hey, mit Einkaufswagen noch. Hey. Ja, ideale Akustikind. Benedikt, Storytelling. Was haben wir heute in unserem Bankomat vergessen? Äh, nix. In der Kamera nix. Ja, let's go, Alter. 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 Können Sie sich noch ein wenig was holen? Geht aufs Haus. Ich wünsche es euch. How are you? Very well. Perfect. Perfect. How is the feeling to be the first time on my vlog? I'm very excited. Oh, that's the right answer. Let's go. Oh, sorry. That's not professional. Yes, he's the funny guy. Hahaha. Genau, der hat mich. Für das wäre ich bezahlt. Let's go. Wir fahren jetzt zum Strand. Wir gehen richtig schwimmen. Und ich bin schon gespannt. Und... Aber ich kann nicht schwimmen. Das wird lustig. Das ist ja allerhand. Das ist ja allerhand. Das ist ja allerhand. Ein krasser Rein. Und jetzt fahren wir gleich gegen die Tierwands, wenn du sonst nicht aufmachst. Hahaha. Schau, wie komm ich steig ein. Super überbelichtet, fahr mal gemeinsam dagegen, fahr mal gemeinsam dagegen, ja das ist die Gasse wo wir leben, richtig cool da und richtig fokussiert. Quintana Roo oder Quintana Roo? Quintana Roo. Pass auf, pass auf. Weiter, weiter, weiter. Aber es wird gleich Schablau machen, Bam. Jetzt sag mal was cooles für einen Vlog, ich film dir die ganze Zeit. Ach so, für deinen Vlog? Du hast deinen Vlog? Servus. Wir sind jetzt hier in Mexiko. Nach fünf Tagen in Mexiko gehe ich jetzt zum ersten Mal am Strand. Naja, das zweite Mal, oder? Genau. Cool, gell? Ja. Oh, das ist auch hier rechts, rechts, rechts. Warte, lass mich anschnallen bitte. Ich würde mich gerne anschnallen. Hast du mich gefühlt oder was? Kann ich mich anschnallen, Martin? Ey, vorne ist da ein bisschen. Ja, doch, der Fahrer und der Beifahrer, weil sonst biebst es auch an der Hände, wenn man sich an geschnallen wird. Ja, so ist das. Dazu zuckst du ja, der fahr aber nicht schneller. Okay, ich halte mich fest im Fall eines Unfalls. Der war bremsnah und wie wisst. Ja, schau. Also, ich fahr mich... Eine 100. Ja. Würde ich aber jetzt nicht die ganze Zeit machen, sonst kann die Putzelei uns auffallen. Oder sonst kann das ja schupfen, so zu einem Muggel. Und dann hebt es uns richtig, oder? Ja. Richtig, gell? Du hast es genauso ausgeschaut, nur ein paar die Fronten vom Bicke. Scheiße, so ab. Oh! Ah! Retorno! 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 Aber du ja fantastische Retorno! Das ist schwierig! Oh Mann, dann ist das einfach so ein fetzen Auto auf meine... Das Auto hat sich einfach unser ganzes Abmeldung. Ich will schon irgendwie links halten, wir müssen irgendwann links fahren. Oh, wahrscheinlich. Na, es ist ja eine super Autobatterie. Mein Ding ist zu leer. Tipp, tipp. Oder irgendwie... Das war gerade massiv. Subo! Seven! Seven, bitte! Seven! Was sagen wir eigentlich dazu, dass wir meine Musebox und meine Mikro genommen haben, aber die Kamera lassen? Mikro... Ja, der Ton ist jetzt scheiße. Ich habe mir auch einen Spind mieten, mir einen verfucht gewesen, oder? Einer! Einer! Richtige Opfer! Naja... Aber wenigstens sind wir da, gell? Einer! 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 Mann, ey, wann? Jetzt geht's, jetzt können wir die gestellten Videos machen. Ich würde sagen, BlackRand. Du hast blöd gemacht. Ja, immer das passt. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Schlecht, ich bin gut gesessen. Wie ist das gekommen? Ich weiß nicht, dass du da bist. Bro, I'm not funny. Alright? So, I'm not funny. We are working very hard. Alright. We can't stop working since 3 a.m. Yeah, right. Okay. So, what's the plan, hermano? So, we need to do some salsa to prepare enchiladas. Aha. And, yes. That's it, that's the plan. Do you know? We add something to the plan, because... Enchiladas. Ah, sí? Mexican food. We are in Mexico. Mexico! Mexico! Mexico, right? Ja, gut. Hallo! Na, ich hoffe, er war so. Aha. We have high standards of quality in our kitchen. I would say it as well. Perfect. Muy bien. Alright, so let's do the third most important task. Okay. Okay. Okay, I will pass the tortillas here first in this kind of sauce we have here. Aha. Then I will fry them here in the oil. Oh, really? And I will leave it here, okay? I will leave it here. And you need to put cheese inside, inside. Like, outside. And... And put it here, no? And then put it there. Once... Okay. Once they are here, you are going to take... They are ready to go, Andy. Ready to go, yeah. You put, like, some... Some sauce... A potato. And some cheese... Like, outside. Yeah, up. And then also, a little bit of cream. Okay? I will do the first... The first proof. Do you want to help with cheese? Yes, yes. Yes, he wants. I want to hear. Rotas, no rotas. But that's... That's Italian. That's Italian. Retorno. Retorno. Italians don't like spicy. Retorno. Okay, so I will fry you again. So this is enchiladas. Okay. And what are we going to do? Okay. What we are going to do is... Okay? What are we going to do, Ben? This... First, I will take... One tortilla. Yes. I will... Pass it through this adobo. Adobo. Adobo after this. Okay. Is this hot? Is it gonna hot? Not enough. Not enough. Okay. We must just try it off. So I will pass through this adobo, the tortilla. Oh! When it's ready, I will pass it here. When the tortilla is here, we will do it with another kind of tortilla. You put some... Part of this inside. Meat. Some meat and some chicken, right? Some chicken. And you will do this? Yes. Yes. Like the joint. Like the... The dish where you are going to serve, bring... 10 dishes. No. 13 dishes, please. Okay. 10? Okay. Subito. Rapito. Okay. Once you have... Four of these in a dish... Another... Expert... That's great. Leave it here. Leave it here. Leave it here. Once you have here, leave it here. Oh, sir. Leave it here. And here you will... You will cook like... Four or five. Yes. And then... The next one... The next one... The next expert is going to... The next expert is going to put like some... Like... Salt. Some like this inside. Do we put it inside the ore or... No inside, but... Inside. But like all the oxide. Up. In the top. Uh-huh. You can put like some avocado here to accompany. Then... You put some salsa. Some... Some cheese you can... What? Cheesy. Cheesy. That's your thing, right? Oh, that's like... Cheesy. Cheesy. Yeah. This is Chris. It's like really cheesy. A little bit of... Oh. But inside. All inside. On the top. Only chicken inside. Oh. Really? Everything in the top. This can be like... In the side. Yes. Yes. Chicken pizza. The rest in the top. Chicken pizza. It's all clear? Yes. Okay. Why haven't done that? All right. We'll start. Let's go experts. Okay. Okay. Let's go. And what are you going to do in the new one? So first... Ofi, do you want to participate? Yeah. Ofi, yes. Oh. Come... Show me. You need to participate. No, I have to film the thing. Let's express. Come on. I'll show you. Participants? Yes. It's hard to tell you. Yes. Okay. Eh, who wants to join us? Oh, sure. So let's go. Cool. Hey, that's the last picture for, you say, our children. Like that. Sohle. Sohle, Hijo, Hijo, der Spiritus Santo, Amen. Cuidense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Todos los posteores y no obedezcamos más que a Dios Padre, entonces, ese es el mensaje por otro lado. Piki, ¿cómo está? Perfecto. No es tan fácil. Así que nos diga, Roberta, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos caminando casa por casa, contando a todas las personas nuestras actividades que vamos a tener aquí. Y explicando a todos los planos de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que estamos en misión, ¿no? Sí. Bien. 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 Como se siente raro, ¿no? Sí, sí. Como se siente raro. Como se siente raro. No me gusta más allá de mi canal. Hoy estamos en... No se o 10, y estamos haciendo esto. Misiones. Misiones. With austriano. Bien, vamos. Así que es tu favorita cosa sobre la mission? Es actualmente es mi primera vez que esto hace. Was war die beste Sache? Ich glaube, die Sache, die ich mag, die Sache, die wir gemacht haben, ist, dass wir Menschen versuchen, zu wissen, über uns. Und zu helfen, zu sein, zu sein, zu Gott zu sein. Und zu helfen, sie zusammen zu sein und zu wissen, ein bisschen über unsere Religion. Ich glaube, das ist wirklich gut. Was für dich? Meine Lieblingsmöglichkeit ist wahrscheinlich die... Wie sagen Sie es? Die Sprache sie haben in ihren Gesichtern. Sie sind wirklich glücklich, dass Sie kommen. Ja. Ich mag das wirklich. Ja, das ist die erste Impression von ihnen. Sie sagen, Hi, Good Afternoon. Und sie sind wirklich nett. Ja, wirklich nett. Sie sind in ihrem Ort. Sie sind wirklich nett. Sie sind wirklich nett. Ja, ja. Und ich denke, das ist wirklich gut. Sie haben empathe und sie sind sehr naiv mit uns. Und ich mag das. Ja, das ist gut. Sehr gut. Und ich habe das, was sie hier haben. Das ist eine sehr unigliche, die sie hier haben. Nice. Oh, cebolla. Oh, cebolla. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. So, explain es in meinem Vlog. Was sind wir heute? Wir sind kochenita pibil. Aha, und was ist das? Und es ist Pork mit Aschiote. Aschiote. Ja. Und was ist Aschiote? Chili. Geschmackig. Geschmackig? Freuen wir uns da? Hey. Oh. Oh. Schauen wir uns das. Oh. Oh. Oh, schau der Jagl. Richtig schön, hm? So, war feier. Da sind wir in den Dschungel, gell? Da, oder? Oh. Oh. Süß. Oh, schau. Oh, schau. Süß. 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 Wie wollen sie das jetzt auch machen? 14. Aha. Also sind wir im Erachtär? Hi. Wie geht's? Wie geht's? Du bist im Erachtär? Ein sehr süß. Sehr schön. Ein sehr süß. Auf der Zeit. Ja. Oh. Ja. 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 Du willst du es machen, Daniela? Ja. 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 Tortilla und dann deine Fleisch Cochilita Ja, deine Cochilita mit Spiron denn ich bin wirklich slow Anyways dann deine Ongel Das ist wichtig Meine Ongel Ich will Chile, aber ich will nicht für Chile und dann du ihn Aber nicht record das Okay Okay, ich werde den Roof Es ist ziemlich interessant da, oder? Ja, er ist nicht wie ein realer Mexikaner er ist wie eine Ongel, oder? Ja, sicher Ja Das ist Dynamita Chile und Limon Wow, nice Wow Wie ist der Tast? Schmeckt Ja, das ist eine dummige Person Schmeckt Ja, eine dummige Person Hey, wir haben und sie können Machen Was sind die Tast? Wir geben ihnen eine Tour und cube sie zu mir Wir geben ihnen eine Tour und hoffentlich nicht fallen, weil wir nicht aufhören. Guten Tag, ich bin Martin, ein Mann aus Austria. Vente mit mir, Benedikt. Vente, vente, rapido, rapido. Wir gehen durch die Dschungel. Es gibt Jaguars hier. Wir hoffentlich nicht attacken. Was können wir hier noch sagen? Das ist wie die Dschungel, oder? Wow, was ein wunderschönes Wort. Bruder Ivan, ich bin empfunden. Danke. Filme um, Herr Filmer. Ich denke, es sieht, wow. Es sieht wirklich wow. Ich hoffe, dass es scharf ist. Ich hoffe, dass es scharf genug ist. Wir beide sind so scharf. Der Video muss auch scharf sein. Also muss es scharf sein. Oh, ja. Rettorno! 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 Alles klar, vielen Dank für den Film. Ja, tatsächlich. Du hast einen tollen Job. Ein tolles Job. Ja, gut. Wiemann, was machen wir heute? Ich habe schon gedacht, es kommt jetzt hier auf meine Füße. Hast du schon gedacht? Alter, sie sind aber so leistig. Und ich fühle mich so richtig viel am Platz mit der Kamera. Ja, brutal. Jago, was ist der Plan? Diese erste Säule hier, die wir weghauen, und da in die Richtung gehen. Dass das ganze Konzept oder... ...overfliegt. Bataillieren heute? Hammer, hart wie Baustelle. Hammer, hart wie Baustelle. Nein, servus. Da wird die WhatsApp-Status gefilmt. Hammer, Baustelle. Okay. So. Fühlt jetzt ein Fazit. Boah, das war hier richtig cool, Leute. Wir haben hier in der Pfarrei, äh, Dings. Hier, ja genau. Ja, San Juan. Mit Hilfe von Oscar. San Juan. Wir kennen San Juan. Wir kennen San Juan, genau. Haben wir hier alles sehr geholfen. Den kleinen Container hier mal. Dominik hat auch viel gearbeitet am Anfang. Dann hat er seinen Finger verloren. Und jetzt ist er tot. Ne, leider nicht. Nein. Genau so kann man muss, dass du dann... ...Maria verlierst. Genau. Okay.